ja machen hier schnell ein nach dem anderen schnell platt auch glück gehabt gar und das war ganz großes glück hohohoho wo sind noch gegner ich sehe hier vor lauter qualmen hier grad gar nix ähm wo schießt denn einer auf mich aber hier komm ich anscheinend auch nicht so rüber ne ja verdammt ich hab jetzt schon gut rüberklettern aber geht nicht da sitzt so einer und letztens in revelations im aufstand gehabt jetzt hier im aufstand eeeh mit zählen glaub ich oh verdammt So Ja Mann Das macht mir immer so angst Okay, wir Stealth Action, wenn draußen alles platt gemacht wird Okay, ausräuchern So, dann machen wir jetzt den einmal ganz schnell hier Zack Granate und weg da Können direkt auch einer hier haben Improvisieren Oh, um Gottes willen Das geht bestimmt Ohohohohohoho Papa Hier, ich müssen Ich wollte gerade schon sagen, wir müssen noch in das Gebäude hier Ziel erfüllt Ziel aktualisiert Alles klar Viva la revolution In welchem wird das sein? Sie wechseln ständig durch Das wissen wir erst, wenn er raussteigt Du scheinst viel über Makarov zu wissen Alpha 1, Funkkontrolle over Bravo 1, okay Wir sind in Stellung mit Sichtkontakt Also, Kamarov fungiert im Hotel als unsere Augen und Ohren Sobald er uns das Zeichen gibt, geht es los Was siehst du? So eine Scheiße Anscheinend kommt Makarov zu spät zu seiner Beerdigung Warten auf freies Schussfeld Dann kannst du ihm so viele Kugeln verpassen, wie du willst Eine wird schon reichen Nur eine? Und was ist, wenn die daneben geht? Wie viel müssen wir dann nützen? Ja Auf jeden Fall geht es jetzt glaube ich hier weiter mit der Revolution, leh? Wenn mich nicht alles täuschen dürfte Ich hoffe es Weil so eine Revolution hat schon was eigentlich Gut, persönlich will ich bei einer Revolution jetzt nicht dabei sein, ne? Aber so in Games ist das schon was Interessantes, wie ich sowas ausarten kann Von einer ganz kleinen Person Äh, ne? Richtiger Aufstand So, ich werde auf jeden Fall die Aufnahme jetzt an dieser Stelle gewenden Von mir aus könnt ihr jetzt den Aufstand anzendeln, weil ich hier alles wende und tralalie und tralala Megal Ich mache auf jeden Fall mal ein kleines Päuschen Und wir sehen uns wie immer zur nächsten Aufnahme Bis dahin Tschüss So, weiter geht es hier mit dem Banner hin Molleru auf jeden Fall Jawoll Ähm, beim letzten Mal haben wir noch kurz das Intro zu dieser Mission gesehen Äh, ich hab's mir gedacht, natürlich Musste es natürlich Mal wieder zwangslecht angucken Es sind ja die Nahe Zeiten Ähm Und da kam der Spruch ja Eine wird schon reichen Mal gucken, ob wirklich eine reichen wird Oder ob wir mit dem Ob wir dem Makarov voll mit Bleibum werden Wir werden es sehen Auf geht's Glutusbrüder, 11. Oktober Juri, Sonderkommodo, 141 Verleugnet Prag, Tschechische Republik Knarre geladen Alles klar, Kollege Boah, rocket ein bisschen hier, ne Macht aber nix Da haben wir die Knarre Gnaden So, jetzt haben wir ihn durchs Visier Wo, der da? Ja, wo ist er denn? Ach, guck mal den Ne, lass mal Da ist er Da Scheiße Ich glaube, er sieht direkt zu uns Ruhig Cool bleiben Sie fahren jetzt ins Parkhaus Also Kamarov Sie sind dran Okay Was soll ich denn machen? Ganz egal Makarov ist hier Wir machen nach Plan weiter Ich bin in Stellung bereit Da, da blinkt's doch Ja Komm, spring runter Oh, schöne Uhr Übrigens Da Oh Gott Die sollen wir alle ausschalten Wenn da da mal so ein bisschen in der Nähe ist Zack Zack Weg, alle weg Da ist noch einer Verdammt Zack Weg Zack Weg Flatsch Da ist noch einer Oh Nein Kamarov Du hättest nicht kommen, Sonnenhäger Kalt zuvor Verdammt Oh, oh, shit Verdammt Oh, nein Du Arschloch Dich kriegen wir auch noch So, geht sie gut? Komm, Kollege, steh auf Price Ja, komm, hoch, los Oh, komm Komm, schnell, 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 schnell Oh, verdammt Ducken Ducken, 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 ducken Ach, wir können uns gar nicht ducken Scheiße Oh Oh, da kriegen wir voll hier in Breitseite Oh, scheiße Scheiße, 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 scheiße Oh, der geht nicht gut Der geht nicht gut Oh Nein Ja, komm, los Los Geh schon Wo sind die Ah, einen kleinen Hänger gehabt Entschuldigung Ich hab heute voll den Hänger Wohin Oh Verdammte Scheiße Einfach nur noch hier Unser bester Mann Oh, einer unserer besten Männer Ist so schwer verletzt Das ist gar nicht gut Danke für die Knarre Danke für die Knarre Äh, welcher Heli überhaupt Verdammt Verdammt, Alter Ja, mach ich schon Ah, der hat auch in mir eine Knarre Das ist sehr gut So, äh, auf Oh Wenn man den Krieg verstehen will Sollte man zunächst einmal Irgendwas machen Ja, wo denn Aua Ähm Ähm Ach da Scheiße Ach da 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 Ah, verdammt, verdammt, verdammt Oh Die Leute killen Da kommt Oh Ich komm Ich geh jetzt mal zu dem hier Oh, auf dem Dach ist noch keiner Ey, ah, da oben im Fenster Oh, Mann, ey Das ist schon wieder so scheiße Fängt schon wieder so richtig, richtig, richtig scheiße an, ey Warum halt die Fresse da oben Klatsch Ja, ähm Wir laufen einfach mal weiter, ne Ohne Yuri Äh So, Entschuldigung Wo sitzt denn hier noch einer Oh, verdammt Da sitzt einer Da läuft auch noch einer Da laufen auch noch welche Komm Ist da oben noch einer Ah, verdammt Oh Erhol dich, erhol dich, erhol dich Komm Ja, das schaffen wir nicht Oh Oh, verdammt, ey Das geht mir nicht Die sind viel zu heftig drauf Aber ich will das Spiel auf jeden Fall auf Soldaten durchzocken Okay Oh, verdammt, ey Oh, verdammt, ey Oh, verdammt, ey Oh, verdammt, ey Vielen Dank.